Willkommen, die nächste Runde auf dem Kobalt-Plateau geht los dieses Mal wieder mit Chuck und dem roten komischen Vogel. Ich muss mal dann googeln, wie er genommen wird. Okay. Ah, er kann Elektroschild und er kann Sturm machen, okay. Dann kommen wir auf den roten Vogel, also hier ein Stück geben. Ah, sind wir eigentlich zu koppeln? Kann man nicht anders sein. Okay, er ist eh auf den roten Vogel gekippt, deshalb wird auch von dem unteren gar kein extra kill werden. Und dann sollte es auch noch zu oben sein und wir haben nicht die Schaden ausgeteilt. Und dann haben wir, hat es gelangt. Jawohl, drei Sterne im Weg. Schauen wir mal in den unteren. Ah, heute haben wir sogar zum zweiten Mal Glück. Ja, das war die Runde, die zweite Runde auf dem Kobalt-Plateau. Ich hoffe, wir sind jetzt demnächst dann aus dem Tutorial durch. Oder raus. Und ja, dann sehen wir uns morgen zur nächsten Runde. Ich danke euch, vielen Dank, dass du gut bist und bis dann. Ciao, ciao.